Hi, die Runde fängt an, es geht! Hallöchen, Leute! Soll jemand popkommen? Halli, hallo, Hallöchen, Leute! Und herzlich willkommen! Guten Abend! Ey, soll ich da drauf schießen? Versuch's! Alter, kannst du bitte noch ein bisschen lauter kauen? Nein, wir machen eine ASMR-Folge! Nein, wohnen gegen Explosionen! Nein! Sogar aus passiert! Oh, wow! Oh, wow! Oh mein Gott! Habt ihr schon wieder irgendwelche Fässer ins Flugzeug gemerkt? Oh! Das ist ja voll die geile, Alter! Ich seh Mogi, ich seh das Fass und ich muss online! Wer ist gestorben? Mogi ist tot, ja! Rikki! Rikki! Ich bin nicht tot! Kannst du mich wieder heilen, Mogi? Ich dachte, du wärst gestorben! Nee, kann ich nicht, ich hab keinen Punkt, wir müssen Traitor kennen! Wer ist denn der andere Traitor? Jemand hat was nach oben geworfen! Pass auf! Hockey schossen! Und? Achso, du bist Detected! Yeah! Es waren drei Traitor! Nein, ich war nur Bodyguard! Das ist ne Runde! Ich kann dir nach der Runde gar kein Küsschen mehr geben! Ich hab sogar was Gefährliches hochgeworfen, ich war gar nicht mehr Anti-Mates! Ich check jetzt erst, was das für ne Map ist! Das ist die Modern Warfare Map! Ja, genau! Ja! Aus MB2 dieser Flughafen! Ich lebe übrigens, dass du wirklich aufs Fass geschossen hast! Ich wusste nicht, dass du resistent bist! Die hast du ja auch gekauft als Detektiv! Oh Mann ey! FK! Die Katze ist super! Uh, Detektiv! Uh, unscheiniger! Ich hab mich noch nicht an die deutschen Wörter gefühlen! Nein, Hockey gibt den Tipp weg! Oh mein Gott! Wer möchte auf den Detektiv ohne Explosionsschaden schießen, während er im Cockpit sitzt! Nee! Das hat sich erledigt! Doch, doch! Nee! Ey, der Moggi war sogar schon hier! Auf so Fässer hab ich keinen Bock mehr ehrlich gesagt! Was ist denn hier los? Sind die Fässer schon weg? Ach, kommt schon! Nee, nee, ich hol welche! Oh, nee! Unterwegs, Detektiv! Okay! Habe ich das denn schon eingesetzt oder muss ich das erst noch aktivieren? Nee, das hast du direkt! Okay, hoffentlich! Warte, dann muss ich meinen Joggy auch hinpacken! Äh! Ihr dürft mich mit Fässern zukleistern! Äh! Wir werden aufs Fass geschossen! Ich? Aber ich wusste nicht, dass Rikis genau in den Moment da hingerannt! Warum macht Rikis sowas? Ich hab drauf geschossen, als niemand da war! Wir haben die Karma-Strafen erhöht! Deswegen will ich Hockey jetzt nicht erschießen! Mach nicht die Fässer, Kampo! Oh, hallo! Das stimmt! Oh! Was geht, Rikis? Hoch eingestellt! Wer hat ihn wiederbelebt? Hallo? Ist er selber so? Ja, Rikis lebt wieder! Ja, ja, ich lebe! Oh, er ist straight! Er hat ne Biene geworfen! Er muss doch, wenn er wieder lebt! Traitor! Traitor! Oh nein, die Bienen kommen! Hat er gekillt! Oh Gott! Die haben das fast einfach! Ja, ich hab's abbekommen! Verpiss dich doch, Mann! Das klingt ganz schön schmerzhaft da draußen, diese Schreie! Oh nein, sie ist reingekommen! Pass auf! Die nerven so sehr, diese Bienen! Ich hasse die wirklich! Ist die draußen safe? Oh, pass auf! Nein, es sind Bienen! Mogi, pass auf! Die Bienen können doch explodieren! Was können die? Die können die Fässer sprengen! Au! Ich hab dich gewarnt! Was passiert denn da, Alter? Mogi ist doch explodiert! Wie oft explodiert der denn? Ja, der Wahnsinn, oder? Ja, komm, töt mich einfach, Hockey noch! Guck mal, das ist hier! Stark! Wir können wieder bei dem Motto Traitor! Ach, der... Warte, ich hab gar keinen Karma verloren, als ich das fast neben euch an die Luft gesprennt hab! Ah! Als Traitor! Na, ich war Bodyguard! Nicht Traitor! Ich hab nie meinen Karma verloren! Boah, hättest du das als Deduction genutzt! Also einfach geguckt und... Oh, ich hab gar keinen Karma verloren! Moment! Ich weiß nicht, ob das erst nach der Runde angezeigt wird! Nach der Runde! Erst Karma, echt? Hockey hat auch jetzt 970... Ja, das wird immer nach der Runde... Ja, das wär auch... Ja, bei 1000! Obwohl ich die ganze Runde über ne Fässer die Luft gesprengt hab! Können wir das jetzt... Können wir das jetzt noch mal wiederholen? Ich werd abschaffen! Ey, ey! Ey, ey, yo! Ich warte im Cockpit auf... Wer hat auf Maeve geschossen? Ich hör's nicht! Doch, Fuliak hat gekillt! Nein, gar nicht wahr! Hallo? Hockey? Hast du Beweise? Hast du was gesehen? Mogi! Mogi, komm ins Flugzeug und bring ein Fass mit! Ey, hallo! Fuliak hat Maeve gekillt! Gar nicht wahr! Ja! Ja, ich hör dir zu! Ja, ich hör dir zu! Ja, Timo bin ich... Siehste! Niemand glaubt dir das! Keine Sorge, ich hab ihn! Ich geh ihn überprüfen! Äh, ey! Und der war auslatsmörder! Vorsicht, Hockey! Was denn? Fuliak schieß! Nein, schieße nicht! Wait, wait, wait! Wer war denn da gerade? Wem war das? Timo jetzt dann runter... Nein, 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 nein! Ich saß dich nicht! Ich saß jemand anderen, der auf dich geschossen hat, nachdem du das gemacht hast! Wer hätte sie das gemacht haben? Jemand ist hier hinterher und hat auf dich geschossen, Mogi! Das Fuli! Nein! Ich bin das nicht! Ich weiß es ehrlich gesagt nicht fest! Oh mein Gott! Er war's, er war's! Oh scheiße! Ich hab keine... Moment! Ich muss nachladen! Same aber! Wir sind zu zweit, Johnny! Ja, aber ich hab keine Waffe! Ich hab legit keine Waffe! Wo ist denn Johnny? Da ist er! Ich treff ihn nicht! Warte, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ihr seid einfach beide Tra... Wow! Ich treff ihn nicht! Schieß nicht auf ihn! Ich treff ihn nicht! Ich treff ihn nicht! Schieß nicht auf ihn! Schieß nicht auf ihn! Ich bin der einzige Traitor, der übrig ist! Hocky ist es nicht! Bitte schieß nicht auf Waffe! Schieß nicht auf Hocky! Nimm meine Waffe bitte! Du Vollidiot! Ich wollte das sehen! Ich wollte das gewinnen! Hocky hat auf Moggy geschossen! Ich hab's auch gesehen! Aber Moggy hat gar keinen Schaden davon genommen! Deswegen wusste ich nicht, wovon du redest! Ja! Hocky hat vor meinen Augen einfach jemand erschossen, weil er wusste, dass wenn ich was sage, dass er eben als Narr proben kann! Das war so assig von ihm! Mann, das war aber... Ich wollte auf dieses Fass jetzt schießen, als es gesagt wird! Na, ich fand das clever von dir! Aber da hat Johnny dich getötet! Das war voll clever! Ich erwisch ihn nicht! Wir sind zwei Traitor! Oh, ich schieß daneben! Am Ende hab ich dich wirklich noch angeflickt, mich umzubringen! Ja! Ja, deswegen meinte ich... Schieß nicht auf ihn! Ich hab nicht auf ihn! Ich hab nicht auf ihn geschossen! Ich wollte einfach nur... Hocky ist es! Ich glaub ich hab gerade Dead Ringer gehört! Okay! Dead Ringer? Dann ist es Hocky! Dann ist es Hocky! Ihr könnt mich gerne einmal schlagen! Ich hab Hocky einmal angeschossen! Nein! Einmal auf! Ich hab keinen Dead Ringer! Muss er dafür nicht tot sein? Ich hab keinen Dead Ringer! Ach du so! Oh Gott! Wer hat geschossen? Ich? Wer von euch beiden... Nein, nein! Achso, ich hab auch Hocky geschossen vorhin! Oh, ich bin so schlimm! Hocky, hast du auf dich gerade geschossen? Hocky, pass mal auf! Pass mal auf! Und er war Schimtex! Ich hab Hocky mit der Goldiege abgeschossen! Und der war Traitor! Er war wirklich? Oh, dann hat er den wieder ausgemacht! Oh! Oh, so ein Sack! Aber der Traitor-Kollege! Johnny! So ist gar nicht so ich! Dann macht er den sofort wieder aus! Den nehmen wir mit! Bist du's? Wieso? Na du stand so weit hinten! Einer von hinten! Was heißt ich stand so weit hinten? Was ist das für ein Grund? Einer, der nicht bei Hocky stand, sondern bei euch stand, hat auf mich geschossen! Und ich hab keinen einzigen Schuss auf! Ich biete einen wunderschönen Hocky an! Wer möchte kaufen? Joa, ich hätt gern ein bisschen was von äh... Es ist wirklich Johnny! Moment, ich gefällt das schon auch! Wieso wurde das Instant aufgehalten? Weil der Detective da steht! Mann, ich wusste es! Es muss da einer von euch sein! Der war doch... Der war doch links! Oh Mann, ich wollte extra gucken, dass der Detective da nicht ist! Um das Ganze mal festzuhalten, ich habe keinen Deadwinger gekauft! Wirklich? Nein! War er Johnny? Oh, wie unglücklich war das dann für dich! Ja! Für mich aber auch! Ich habe auch auf Hocky nicht geschossen! Er meinte direkt, irgendwer hat auf mich geschossen! Aber irgendjemand trotzdem hat aus deiner Richtung... Ja, das war ja fair! Vielleicht hat sich einer auch verhört! Einen von so... Keine Ahnung! Ich glaube nicht, dass es einen Deadwinger gab! Ich wurde ja auch gefragt, ob ich das gehört habe! Ich meinte, nein! Ja, dann habe ich irgendwas... Besuchst du auch so einen Traitor-Kollege, natürlich bist du das! Aber eben! Moggy war fair! Er hat Golden Eagle gemacht! Wäre ich inno gewesen! Alles cool! Lalalala! Schickes! Lalalala! Oh! Was heißt Jump Power? Also viel von der Jump Power merke ich nicht! Nee, ich auch nicht! Nee, ich auch nicht! Aber vom Leben merke ich was! Es tut mir leid, euch enttäuscht zu haben! Oh! Ich habe mich nicht erschossen! Ich kann ihn für mich trotzwürdig! Komm, wir fliegen! Johnny Crouch! Ich weiß! Hier, zack! Aber hier ist ja nichts, wo ich drüber kann! Warte mal! Warum hast du geschossen? Du Frechdachs! Ey Johnny, komm mal her! Ich komm da nicht rüber! Kann jemand hier hoch zu mir? Wieso, was machst du da oben? Wo bist du? Kann jemand Hockey-Konten? Was macht ihr denn? Ich vertraue dir nicht! Hey, du hast mich doch gerade gesehen, oder? Wo bist du? Johnny! Ich bin hier oben! Rocky, kommst du mal hoch? Da ist einer! Der hat die Fässer weggesprengt! Wo? Du hast mich doch eben gesehen! Ich dachte, du hast das! Ich will da hoch! Ich brauche jemanden zu boosten! Oh, what the fuck! Räuberleiter, Moment! Ich hab was! Warte, 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 warte! Stopp, stopp! Warte, warte! Ich habe was, was dir hilft bei der Räuberleiter hier! Ricky ist es! Warte doch ganz kurz! Ich habe keine Munition! Das ist unfair! Dann kannst du dann hoch springen hier! Oh, das ist eine unsichtbare Wand! Jemand hat auf das Fass geschossen! Was macht Ricky denn? Wie spielt der eigentlich? Niemand hat auf das Fass geschossen! Was? Niemand hat auf das Fass geschossen! Niemand hat auf das Fass geschossen! Niemand hat auf das Fass geschossen! Was? Ich hab nicht auf das Fass geschossen! Was? Du wärst auf das Fass geschossen, oder wollte! Keine Ahnung! Du warst mein Ziel! Du warst mein Ziel! Das war das Problem, Johnny! Ah ja, Schiss! Das ergibt Sinn! Aber ich habe ja gesehen, dass du auf das Fass geschossen! Team, hättest du so normal angefangen im Boot! Richtig verwirrt aus dem Grund! Aber du hattest ja gar nicht! Können wir keine Fässer spawnen können mit dem Magidus Stick? Äh, stimmt doch! Die kann man spawnen! Warum hast du es nicht gemacht? Oh ja, mein Gott, ich bin dumm! Ey Morgi, willst du ein Fass haben? Ey Morgi, willst du ein Fass haben? Was ist eine gute Waffe? Ey Morgi, willst du ein Fass haben? 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 Weißt du was? Pass mal auf! Okay, komm jetzt zurück! Ja, ja! Ich hab dir die goldene Dege! Ja! Und du verwendest sie jetzt an jemanden! Aber an wen? Sag den Namen! An mich? Äh, Rikki! Er traut sich eh nicht! Äh! Nicht auf mich schießen! Nicht auf mich schießen! Rikki ist hier! Nicht auf mich schießen! Wann war Morgi denn? Ich seh nicht! Timo, hast du schnell! Ich hab sehr viel Spaß, ja! Ich war innocent! Ich war innocent! Was meinst du, wirfst du da hin? Er war innocent! Warum hast du da noch einen? Achso! Oh, er war Tread! Warum hast du dann... Egal, egal, er war... Okay! Pass mal auf, pass mal auf! Ich muss mich auffallen! Ich brauch deine Hilfe, Maeve! Ja! Dankeschön! Fully! Dankeschön! Ja! Dankeschön! Ja! Ich hab nicht verpflichtet, was er getan hat! Ich hab nicht verpflichtet, was er getan hat! Ne, wisst ihr was? Ich fühl mich schlecht wegen dem, was ich Rikki angetan hab! Geht's euch gut eigentlich? Willst du ihn wiederbeleben? Oh, hey, Johnny! Ja! Okay, was zum... Ich versuch Rikki grad wieder zu bleiben! Haltet euch mal kurz zurück! Okay, ich halt mich zurück! Danke! Ich möchte mir ganz was betonen! Ich wollte ihn nur profitieren, dass er auf mich schießt, weil ich... Nae? 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 Nae ist es... Halt doch mal kurz! Ich dachte schon, du kommst damit da voll... Du bist doch voll am Ballern! Keiner hört! Nein! Ich hab auf ihn geschossen! Warum ist Fully gestorben? Ich war halt Auftragsführer und hatte keine Coins! Das war halt... Nervig! Das war ja noch gestorben so schnell! Ja, weil ich mal wieder die... Deswegen auch dieses schlechte Schauspiel mit O! Er bewegt sich so schnell! Nein, Fully! Aber okay, das ist ein bisschen feinig vielleicht! Aber er war wirklich mega schnell! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich hab's nicht gerafft! Er war wirklich so, Alter! Er war voll schon! Kleine! Naja, gut! Nee, aber jedes Mal wird mehr als Strater die Golden Dish sein! Ich versteh das nicht, Mann! Was ist los? Was ist hier nur los? So klein ich doch gar nicht! Das ist mir ein wenig unangenehm! Was willst du denn? Geh weg! Nö! Du bist ein Meilan! Lass mir gar nichts zu sein! Kau mir ein Buch, ob du willst oder nicht! Nein, du kaufst dir kein Buch, das ist mein Land! Ich kauf mir ein Buch, ob du willst oder nicht! Nein! Ich raus sogar hier drin! So, was willst du jetzt tun, ne? Okay, das ist ein Warnschuss! Hast du's gesehen? Da ist noch einer! Du gehst jetzt bitte! Und das ist ein Kopfschuss! So! Er war innocent! Alles klar! Nee! Er war... Ah yes! War Shinigami? Ja, okay! Oder Deathringer! Wer untersucht jetzt? Nee, nee! Oder? Deathringer? Deathringer? Nee, Shinigami! Oh, da ist ein Schaf! Das ist ein Schaf! Oh, Schein! Oh Gott! Oh Gott! Und Johnny! Ich verrate auch noch! Johnny ist Traitor! Oh Schein! Das war schade! Da kurz ist bemutet, aber war ich leider nicht! Johnny ist safe Traitor! Okay, alles klar! Wo bist du, Johnny? Das erzähl ich dir doch nicht, du Affe! Aber... Ehrlich, sag mal! Timo, was ist mit dir eigentlich? Oh nein! Wo kommst du denn? Das war ein schicker Bolachow-Cocktail, den du da hattest! Oh, der nehm ich! Oh, das ist ein Jugger-Docke! Kann ich das haben? Kann ich das ein Jugger-Docke haben? Und geh doch mal her! Ach, Johnny ist da im Filter! Dann kann ich dir was kaufen! Mit mich, Junge! Töt ihn! Ich war grad im Filter schon, als du in die Ecke kam! Ich konnte nicht widerstehen! Du hast mich einfach erschossen! Das war grad wirklich ein Jumpscare für mich! Drehe mich um! Moggy steht einen Zentimeter vor mir! Was soll das? Mit der Shotgun! Ja! Shotgun steht für Freunde, die was unternehmen! Ich war einfach am Trinken grad, man! Ich wollte grad einfach ne Springgranate hinwerfen, weil mit den Karma hab ich das richtig Schiss für sowas! Wir hatten grad am wenigsten Karma! Also wir haben alle tausend Karma, muss man sagen! Wir alle, naja, alle, naja! Wir bauen ja auch keine Scheiben! Äh, Reki, ne? Also, der wurde grade gepackt! Na ja! Alle ist ein, äh... Geiz! Alle ist ein großes Wort! Reki, bleibt man stehen! Ja! Warte, warum? Jungs! Raus hier! Raus hier! Was musst du machen? Wir haben mit der grönen Dingelzorn in dem geschossen! Chill halt! Die Fässer nur zurück! Nein! Hä? Also früher ist man da immer gestorben bei, äh, wenn man auf die Fässer geschossen hat! So Quark! Nein! So Quark! Nein, das war immer super gefährlich! Quark! Nein! So ein Quark! Aber guck mal, ihr habt dann überlebt! Was hältst du von Quark? Also, warum wollt ihr euch beschweren, hä? Jolly, wo bist du? Ich bin beim Detective! Hat sie nen Namen? Wieso? Ich bin geschützt! Detektor, wo bist du? Muschi! Wir sind da bei diesen ganzen Waffen draußen! Willst du meine Muschi streicheln? Verpiss dich! Wo bist du? Rik hat nen Jetpack! Rik hat nen Jetpack! Na, wollt ihr mal meinen Katzi-Schatzi streicheln? Wo ist denn Rik hier? Hinter dir, Hockey aufm'n Dach! Da oben! Da oben ist jemand! Ich bin hochgesprungen! Ach da! Wenn das ist... Oh! Ist das Tor? Er ist hinter dir! Nein, er ist hinter dir! Immer noch! Oh mein Gott! Schimpfix ist der andere! Schimpfix! Schimpfix! Nein, 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 nein! The fuck! Schimpfix! Moment, ich steh nämlich auch gleich hier! Nein, 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 nein! Ey! Warte, ich hab... Ne Katze! Ich auch! Ja, jetzt sieben! Wo bist du, Timo? Hä, ich? Du, ja! Trader? Nee! Trader? Wo bist du? Nee, ehrlich, sag mal! Lass ein bisschen fair machen jetzt! Sind wir die einzigen beiden oder was? Nee, oder? Ist das hier so dunkel? Sag ehrlich, wo du bist jetzt! Oh nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Warum sind jetzt ständig drei Trader? Ich dachte, man kann da... Wegen dem Bodyguard! Hä? Es passiert irgendwie aktuell zu oft, hab ich das Gefühl! Wieso... Ich war gar nicht Traitor! Ich würd tatsächlich den Bodyguard sehr gerne deaktivieren, eigentlich in den nächsten Runden! Ja, der Bodyguard ist echt ein bisschen unnötig, glaub ich! Ja! Ich hab nicht mal mitbekommen, dass ich das Team gewechselt habe! Ja, der macht halt... Aber kannst du den Bodyguard mal ausmachen? Ja, klar! Ich hab zum Beispiel nicht mal mitbekommen, dass ich das Team gewechselt habe! Weil ich musste eigentlich Johnny beschützen, der war innocent! Und ich hab jetzt als Traitor verloren! Achso, sag mir das doch! Ich bin innocent! Okay, das freut mich für dich! Ich selbstsicher kann man einfach auf der Stelle! Was hol dir Mogi und Jester? Was hol dir Mogi und Jester? Oh mein fucking Gott! Was ist passiert da, Johnny? Oh mein Gott! Du hast mir so viel Schaden damit gemacht, ich will dich eigentlich umbringen! Ich hab nur noch 30 Leben! Hast du mal offen? Nein! Nein! Bitte nicht! Mogi, irgendeiner von euch! Bitte nicht! Mogi! Tausend Prozent! Aua! Was ist hier los? Ich hab auf Ricky geschossen! Ich hab keinen Schaden mit ihm, alles gut! Wait! Draußen wurden Leute umgebracht! Wo, wo, wo? Klar wurde sie umgebracht! Das ist ja der TTT! Das läuft, Detective! Das war der erste Tag auf Schreife! Was willst du eigentlich von mir dahinten, hä? Bist du Jester oder so? Du hast ja auf Regen geschossen auf den Grund! Ich wollte auf die Fässer schießen! Wurdest du schon von dir keine Mogi? Nee! Ich hab Ricky hat Chilis dabei gehabt! Was halten wir eigentlich von Hockey davon, dass er so still ist? Ich bin nicht still! Bei mir ist nur grad gelaggt! Ja, halt! Hockey, du bist ganz schön! Ist lecker wirklich bei mir! Hallo, ich lecker an Übel rum! Ich lecker an Übel rum! Okay, jetzt geht's wieder! Mogi ist Jester, ne? Dann muss es auch nicht sein! Hä, es leckt wohl! Also ich lecker an Übel rum! Aber ich muss wieder trotzdem drücken! Ja! Ja, okay! Wie lustig! Du hast halt wirklich gelaggt! Ich hab's gesehen bei dir! Ich hab übel gelaggt! Ich hab's nicht ganz so gut! Da steif mich dann wieder gelaggt! Ey, Stimplex! Wie fand's die Mind Turtle? Ey, das war Trauma! Oh Mann! Das war ein Trauma! Ich hab Position getauscht! Und hab einfach vor mir so ne Mind Turtle hingelegt! Bam! Das war sogar exakt die Stelle, wo ich mich selbst mit der Mind Turtle gekillt hab! Immer wieder! Du kannst es doch einfach nicht lassen! Gott, haben wir viel! Shit! Ah! Er liebt einfach die Chilis! Das wollen wir da machen! Wir schießen da direkt! Warte! Der ist hier wohl direkt jemand zum Trailer! Ey, Hockey! Na ja, das stimmt nicht! Na ja, Maul jetzt! Komm! Es leckt! Es leckt! Ja ja, trotzdem bist du's! Ah! Ah! Ich hör dich nicht! Oh! Hallo Johnny! Hi Ricky! Wer, wer, wer? Was? Junge, wer schießt denn hier die ganze Zeit? Von wo wurde ich... Was? Das nervt doch nicht! Alter, wer ist das? Von Hockey, oder? Nein! Ja, Hockey ist bestätigt! Hockey ist bestätigt! Hockey ist bestätigt! Töte ihn! Hockey ist bestätigt! Hockey ist bestätigt! Oh nein! Oh nein! Er hat's nur gemerkt! Er hat's nur gemerkt! Nee, er hat's nur gemerkt! Ey, ey! Chill Chill Chill! Alter, ich hätt' dich so umbringen können! Scheiße! Alter! Das war so clean, Alter! Einfach wirklich durchgelaufen, alle geholt! Krass! Wow! Hockey hat das einmal gespeedrunnt! Mann! Ich wusste nicht, dass sowas existiert! Ja! Diese POV sollte man sich anschauen! Ich bin doch nicht dran gewöhnt! Ich hatte diese POV tatsächlich! In meiner Folge! Ja, da kann man sie überall anschauen! Wie lustig! Ich dreh mich um! Auf einmal lebt Johnny wieder! Oh Mann, ey! Und ich merk's nicht! Ist doch noch ein bisschen wach! Weil ich... Mir muss Popcorn essen! Warte, ich bin schon gegangen! Ja, jetzt hab ich gar nicht... Ich hab's gar nicht gesehen! Ich hab's gar nicht gesehen! Ich bin Detektiv! Ich bin Detektiv! Komm mal hierher, du Schwan! Ich bin hierher! Wo bist du? Was für ne Wortweiche! Bei den Büchern! Bei den Büchern! Bei den Büchern! Ich komme zu den Büchern! Ich fasse es nicht! Der geht, ne? Morgi, wo bist du? Ich will mal den Büchern! Ich würd gern Herr der Fliegen! Herr der Fliegen! Ich will mal den Büchern! Ich gibt noch einen Bücherladen! Hier links! Achso, komm! Jo! Ich würd schon mal einen Bücherladen! Ich glaub dir nicht wirklich, Johnny! Moment! Morgi, bleibst du stehen! Morgi, bleibst du stehen! Oh! Wer trägt denn dann mein Buch? Jo, was passiert? Was? Maeve ist wie Sober! So viel mit dem Magneten! Föte, wo du glaubst, er ist es! Er war es! Uh! Golden Eagle gewinnt! Okay! Okay, krass! Warte, warte! Wow! Was? Warum? Warum? Ey, das war so ein guter Blick! Das war so smart von Morgi! Warum wurde er jetzt abgeknallt? Ich hab selber geschossen! Und du hattest Golden Eagle? Ich dachte mir, wenn der Detektiv mir vertraut, dann wär ich selbst vertraut in mich auch nicht! Dankeschön! Ich bin stolz! Das war so mäßig wie das gleiche, was Hocki passiert ist vorhin! Oh mein Gott! Nur Morgi hat's direkt selbst beendet! Oh mein Gott! Ich hab keine Lust alleine Traitor zu sagen! Das macht weh jetzt schwer! Ich dachte, du hast mich gekillt, um mich später wiederzubeleben! Morgi, ich kann nicht widerstehen! Damit du halt proven bist! Äh, ich bin das nicht! Was ist denn los? Wird hier schon geschossen? Was ist los? Morgi war's übrigens! Oh nein! Ich mein, das soll er verdienen! Er war kein guter Traitor-Kamerad! Ich mein, ich hatte halt ne random... Ich hatte halt ne random... Traitor oder was, Pudi? Warum hast du das gesagt? Nein, letzte Runde! Er hat mich erschossen! Scheiße! Morgi ist jetzt so sauer auf mich! Es tut mir so leid! Ja! Hast du ihn gelegt? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey! Ich mach hier nur Lampen hin! Lampen? Ja! Das ist natürlich immer Hockey! Maeve ist gestorben! Was ist denn Fick? Ne, was ist denn? Was ist denn? Ah, nein! Das funktioniert nicht mehr! Ich bin detective Jürgen! Ich bin detective Jürgen! Hier ist schön hell jetzt! Wer ist denn da gerade weggelaufen? Hockeys in diesem Haus! In diesem Haus! Ja, hier äh... Daneben hier! Warte mal kurz, können wir doch was kaufen? Warte mal kurz, können wir doch was kaufen? Ich check's aber nicht! Ich hab keine Ahnung! Fully kann's vielleicht noch ein bisschen schlechter erklären! Oh Gott! Oh, das ist Fully! Ja, Gott! Mann, wie sieht Hockey denn aus? Er ist da... Er ist unsichtbar! Ach so! Scheiße! 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 Lass mich mal in Ruhe! Lösch dich! Oh, nice! Nice, Fully! Ach, Mann! Ja, es tut mir leid! Johnny hat einfach neben mir ein Fass hochgejagt oder was ist das passiert? Ne, ich hatte eine Random Gun für dich! Und dann hast du mich erschossen, was? Was? Ja, weil ich... Und nicht dann durch Welt ausgeschaltet! Ja, weil... Du hast sie in der Mikrowelle wahrscheinlich... Weil die Random gar nicht irgend so einen komischen Scheiße gemacht hat! Ja, die hat so einen Fass geschossen! Mh! Deswegen war da auch diese Linie an dem Fass! Mh! Ah! Ja, das war... Ich stimme vor dir zu, dass ich das verdient habe! Es war aber trotzdem nicht cool! Immerhin siehst du es ein! Da war Mh! Fassungslos! Was ist da los? Maeve, der war stark! Ich will wissen, dass du weißt, dass ich den gehört habe! Okay, danke! Also, ich war wirklich auch... Also, Maeve, wie sind die Tote? Hier draußen liegt... Ey! Hallo! Warum? Okay! Riki, warum schießt du plötzlich? Mh! 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 Lebt doch! Wer lebt jetzt noch? Der alte... Faaack! Ach du Scheiße, Maeve! Und... Ja, ich war so ganz alleine! Wärtsäcker! Da konnten wir nichts machen! Ich bin... Ich hab mir mal nicht nachgedacht! Jemand hätte nicht mit dem Fosse da und da rumrennen können! Ja stimmt, der Anfang war natürlich nice! Ich bin rausspaziert und stehe auf einmal zwischen zwei Illustrieren... Ich bin raus spaziert und stehe auf einmal zwischen zwei Illustrieren... Ich bin schon wieder... Oh nein, wir haben Strikers eigentlich dazu gemacht! Vor allem... Ey! Jemand hat hier gerade die Farmers geklaut! Ey, wer hat die Farmers geklaut? Ja, ich war das! Ich war das! Oh Mann, ey! Ja, leck mich! Oh Mann, ey! Geht das Fass noch in die Luft, sobald die Runde startet? Nein, nein! Ich bin mit meinem Fass gegen seinen Fass und dann sind wir beide explodiert! Und das ist auch eins! Ja, aber ich hatte das Magneto-Stick-Fass! Oh! Maeve, 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 Maeve! Was machen wir denn am besten? Warte mal! Switch the color! Ey, ey, ey! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann, natürlich! Warte, wer war da? Wer war da? Oh, der war immer so gut! Ich war da nahe... Ich hab Shymtex mit dem Fass reingehen sehen und dachte mir... Und da war schon wieder ein schwebendes Fass, was soll ich denn machen? Ja... Ich bleib einfach bei Shymtex mit dem Fass, das wird schon gut gehen! Ich hatte direkt wieder Explosionsschaden gekauft und ich hab's noch überlebt! Ich hatte den richtigen Riech! So, komm jetzt aber! Haben wir eigentlich mal Amor gehabt seitdem wir? So, jetzt haben wir hier langsam, oder? Wir haben Amor aktiviert! Ja, wir haben eine neue Rolle eigentlich aktiviert für die Leute! Mh... Mh... Ich hab 160 Leben dazu bekommen, meine lieben Freunde! Ich hab 90! Mh... 193 hab ich! Du hast ihn komplett alleine! Bin Detective! Das bedeutet... Oh, hey Maeve! Wer ist denn dahinter? Maeve! 167, glaub ich! Wieso? Wir eröffnen eine Hetzjagd! Hast du mich geküsst gerade? Auf wen? Auf wen? Gegen... Johnny, mein Flashfair! Was, warum? Tötet ihn mit Crowbar! Kannst du droppen! Aua, nein! Da, der, da! Mit Crowbar! Tötet ihn! Ich hab 200 Leben, das schon lange war! Da ist er! Ah, ich hab selber einen Kuss, kannst du behalten! Da ist er! Tötet ihn! Warte, musst du kurz küssen? Engel, schieß auf mich! Ich will mich heilen, deswegen! Ach Johnny! Nice! Er ist erst durch den Boden gefallen! Er ist erst durch den Boden gefallen! Das ist immer passiert! Fully, nachdem wir beide jetzt hier rumgemacht haben, können wir uns eigentlich vertrauen, oder? Ja, wir können uns vertrauen! Johnny ist Traitor gewesen, übrigens! Was hat er gemacht? Johnny war Traitor! Johnny war Traitor! Was hat er gemacht? Ich hab ihn da draußen gesehen, glaube ich! Warte! Aber ich fand's unfair, dass ich auf Johnny eine Hetzjacke erledigt habe! Ja! 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 Hocky war der andere! Scheiße! Ihr wart verliebt? Yeah! Da war Johnny hinter dir unterwegs! Ich dachte, wenn Hock jetzt auf mich schießt, der wird mich sofort rächen! Ey, ich wurde wieder bewegt! Und die Liebenden haben es geholt! Moment! Wie waren die Liebenden? Ja! Ich hab dich... hä? Ich dachte, wir haben nur so auch Spaß! Wolli willst über meine Katze streiten! Hä? Ich hab dich mit dem Kuppenpfeil abgeschossen! Das ist wie eine Waffe! Wow! Die ist ja riesig! Aber cool! Du siehst, auch ohne Engine lieb ich dich, ja? Detective! Schon wieder! By the way... Detective, willst du mal meinen Kätzchen streichen? Das ist so scheiße als Auftragsmörder, ist das so kacke! Ich hasse dich! Bin ich eigentlich so schnell gestorben? Ich hab 200 Inschwung! Oh, Hocky Shester! Oh nein! Hä, wieso? Ja, er hat gerade gesagt, als Auftragsmörder ist das so kacke! Oh, ist das so scheiße! Dankeschön! Er wollte, dass er stirbt! Oh, ich bin auch... Nein, gerade eben war ich Auftragsmörder! Alter! Oh! Ich war gerade eben Auftragsmörder und musste dich töten und hab ihn nicht gefunden! Äh... Johnny, wie ist das da oben? Scheiße! Wir haben noch nicht mal eine Runde! Oben stand doch keiner! Es ist okay! Jetzt bin ich der Moggy dieser Runde oder was? Ich hab nicht mal ne Sniperwaffe! Äh... Ricky, fällt dir Johnny da gerade ab! Komm mal da oben! Moggy! Was macht denn der da oben? Hilfe! Ich wurde am Fahnenmast aufgehangen an der Unterhose! Hat er es verdient? Ich muss auf jeden Fall... Lauf! Ich muss leider wirklich die Porte dann ausmachen! Mach das doch mal nicht dahin, wo ich gerade bin! Ey, ey! Nein! Nein! Bist du jetzt auch hier? Ich bin auch hier! Oh Mann, die Porte dann ist doch scheiße! Fully! Fully, wollen wir die beiden da oben killen? Wir sind ja sowieso Traitor! Kann ich hier durchschießen zu dem? Ey, ey, ey! Das wär witzig! Hallo, hallo! Wie wärs mal mit Treffen? Kurze Frage? Fully war wirklich Traitor! Dachtest du, ich bin dein Traitor-Kollege, Fully! 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 Haben wir Brandgranate geworfen! Was geht hier oben? Seh ich mal jemanden! Fully, da! Der ist Traitor-Kollege! Fully, da! Der ist Traitor-Kollege! Ja, warte, was passiert jetzt? Was dachte du, Fully? Fully! Fully, da wärst du ein Traitor-Kollege! Ich! Oder wer? Ne, Moggy, glaub ich! Ey, ey! Schau! Wie ist das da oben? Moggy's Traitor-Moggy's Traitor-Kollege! Siehst du diesen Johnny hier? Achso, warte! Oh! Ich komm nicht hoch zu ihm, Moggy's Traitor! Ich hab Fully gekillt! Oh Mann! Alter! Ich von hier aus nicht! Spannende Runde auf jeden Fall! Fick dich doch! Komm mal weg! Nein! Ich bin's nicht! Du lass mich doch bitte in Ruhe! Ich bin's nicht! Natürlich bist du das! Ich hab's doch grad eben gesehen! Yeah! Mein Gott! Hast du nicht gesagt, dass du kein Schaden bist? Oh mein Gott! Scheiße! Wird gelaufen, Moggy! Ich wollt eigentlich Fully wiederbeleben! Ich dachte, es hat ja auch niemand geredet sonst! Ich dachte... Ja, ich war doch Traitor als Traitor! Warum hast du nichts gesagt, Maeve? Ich wollt ihn erstmal wiederbeleben! Wer war denn jetzt? Mein Lars! Der war bei mir die Reiche! Maeve und ich waren Traitor! Ich dachte, die wäre auf dem Dach gewesen! Ah! Also war Fully tatsächlich Traitor? Das wusste ich ja nicht! Ich war tatsächlich Traitor! Aber mein Plan war, dass ich mit Moggy, dass ich einfach mitspiele und dann hoffe, dass Moggy auch gekillt wird! Und ich dann so viele noch mitnehme, wie es geht! Aber niemand hat auf Moggy geschossen dann im Endeffekt! Dabei war das so verdächtig! Oh ja, du warst aber Jester! Hockey! 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 Ja, bitte, Moggy! Oi, Moggy ist gar gestorben, weil er mit einer Golden Eagle auf mich ging! Hockey! Ich konnte nicht widerstehen! Es tut mir so leid, Maeve! Es tut mir so leid, Maeve! Okay, Hockey ist Provenendo! Ja, ich bin Proven innocent! Und ich habe die Golden Eagle erreicht! Ah, Moggy ist gestorben! Ja, weil er auf mich geschossen hat! Mit der Golden Eagle! Wer hat die Golden Eagle jetzt? Ich! Das ist gefährlich! Dann ähm... Schieß auf jemanden! Für dich oder was? Du könntest auf mich schießen! Du könntest auf Johnny schießen! Für die Allgemeinheit würde ich sagen! Ja! Guck mich nicht so an! Ich habe gesagt, guck mich nicht so an! Riki ist es! Riki ist da hinten! Riki ist da hinten! Waluigi! Waluigi-Time! Ja! Let's go! Ah shit! Als auch alle schon tot waren! Wui! Wui! Hockey! Maeve! Man kann den Waluigi-Counter erst kaufen, wenn man drei... Konfetti schlagen! Ja, das ist mit Absicht so! Weil der Kante soll mal schießen! Die Strikers! Wundervoll! Apropos! Ich muss mal die Porti-Gun deaktivieren! Nee, ich habe nicht irre deswegen gesagt! Ich habe irgendwie gesagt, weil ich mich gerade nass gemacht habe! Ich habe getrunken! Die Porti-Gun war krassig! Aber du bist so dumm zu kriegen! Ich habe mich auch schon mal nass gemacht! Ja! Alles ein heißes Getränk auf meine Hose! Das ist deine Ausrede! Du brauchst so eine Schnabeltasse! Ein heißes Getränk auf meine Hose! Jungs! Ein heißes Getränk auf meine Hose! Aua! Das tut weh! Du hast was heißes auf deine Hose verschiltert? Ja! Wenigstens war es kein McDonalds-Kaffee, der Verbrennung im dritten Grades verursachen würde! Allgemein sind diese Einweg-Kaffee-Dinger, die sind so heiß! Ich glaube, Ricky ist gestorben! Der hat gerade einfach vollgeschrien! So, will jemand äh... Das macht er ab und zu kommen! Einweg-Kaffee-Dinger! Meinst du, meinst du Kaffee-to-go? Ja, genau! Ich habe Ricky gefunden! Er ist irgendwie tot im Flugzeug! Willst du eine Golden Eagle-Moggy? Er hat sich wahrscheinlich... Leute, wenn ihr jemand mit einer Cat-Gun neben euch seht, tötet ihn! Weil er wurde mit einer Cat-Gun getötet! Okay! Ah, shit! Jetzt hat der Traitor genug Zeit! Jemand mit einer Cat... Jawohl! Vielleicht erwischt man ja trotzdem noch jemanden mit einer Katze in der Hand! Warum sucht er jemanden mit einer Katze in der Hand? Was soll das? Muss ich... Okay, ernsthaft! Warum sucht er jemanden mit einer Katze in der Hand? Ich habe nicht eine Katze! Weil Ricky von einer Cat-Gun getötet wurde! Weil Ricky von einer Cat-Gun getötet wurde! Okay, Mogi ist es! Ich habe Ricky nicht erschossen! Warum sucht jemanden mit einer Cat-Gun? Also eine Kat-Gun war... Und wo warst du, als Ricky erschossen wurde? Johnny wurde auch getötet! Ja, nach oben halt oder so! Oh, hi! Wurde Johnny getötet? Auch mit einer Kat-Gun? Oh, ich bin schon wieder wechseln! So, er hat keine Chance! Traitor! Er war wirklich Traitor! Und er war es! Johnny wurde auch mit einer Katze in der Hand! Scheiße, Mogi, da wurdest du ja eiskalt erwischt! Er hätte die Waffe wechseln können, er tat es nicht! Diese Katze! Er hat sogar gesagt, dass er sie hat! Also er hat... Ja! Er hat dazu eingeladen, dass man ihn umbringt! Ja! Und wer ist jetzt der Komplize? Maeve wahrscheinlich nicht! Du hast Mogi getötet! Ich habe Mogi getötet! Oh mein fucking Gott! Chimtex! Ach, schade! Mann, Mogi war das gar nicht! Ich habe ihn gekillt! Oh nein! Er hat mich getötet! Aber du hattest auch nicht getötet! Ich habe dann Johnny gekillt und dann kommt hier auf einmal Wir suchen nach jemand mit der Katgun! Oh nein! Ich dachte mir, wenn ich jetzt nichts sage und die mich mit der Katgun erwischt, dann werde ich doch direkt Ärger! Aber ich wusste gar nicht, dass... Warst du doch gerade da, wo du die austauschen konntest, oder nicht? Ja! Hättest einfach gar nichts zu sein! Ja, du hättest die austauschen können! Aber ich wusste gar nicht, dass ich als normaler Innocent das auch sehen kann, mit welcher Waffe getötet wurde! Ach stimmt! Der Detective sieht man, wen äh... Wer ihn gesehen hat zuletzt! Ja, genau! Ach stimmt! Dann ist er wieder Detective! Oh nein! Schon wieder! Wenn Ricky Detective ist, dann wird irgendjemand gleich sterben! Ja! Weil ich nämlich eine Golden Eagle habe! Das ist eine neue Runde, neue Geschichte! Oh mein Gott! Du hast dich fast mit dem Fässer erwischt! Oh mein Gott! Was soll das? Eine Fass ist sogar noch zu mir geholt! Was sollte das denn? Wer hat dann geschossen? War das Molly? Ich war das! My Gott! Okay! Ja, dann haben wir das ja geklärt! Hey Johnny! Johnny! Komm her! Johnny! Was geht ab, Mann? Was geht? Komm mit, komm mit! Okay! Ich hab so Angst! Hockey bringt mich gleich um! Ich hab ne Golden Eagle gehabt! Und ich hab ne Mind Turtle! Was ist... Was zum... Ich such nach jemanden, der ne Katze in der Hand hat und... Ich hab ne Katze in der Hand! Hä? Hä? Was zum Fick? Warum sagst du nicht? Riki, was soll das denn? Hä? Ja, er hat sie gelegt und ist da reingelaufen! Warum? Ja! 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 Warum sollte ich auf sie schießen? Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass auf! Ich sprich rein! Wait! Mh? Okay, du lebst noch! Riki! So, Maeve! So, Maeve! Maeve, Riki ist so! Maeve, Riki ist so! Maeve, Riki ist so! Maeve, Riki ist so! Warum hängst du mit der Mogisur am Arsch, Alter? Das ist ein Hallo! Hat er schmeckende Taschen aus? Hat er schmeckende Taschen aus? Was riecht der da? Was riecht der da? Was bist du doch mal kurz in Ruhe hier? Okay! Mann, ne jetzt kommt der andere schon! Das ist viel zu schnell! Fuck! Ah fuck! Bruder! Voll lieber nah! Hab ich euch gar nicht richtig hielt! Was hat das für eine Scheißwaffe? Ich wollte Riki einfach umbringen, weil dann wären wir da einfach abgehauen! Ich weiß! Aber es ging nicht! What the fuck? Hast du es ein bisschen kompliziert gemacht? Der ist einfach nicht gestorben! Na, ich dachte, du schießt sofort! Was wäre passiert, wenn ich mit der Golden Eagle auf Johnny geschossen hätte? Dann hätte Johnny gestorben! Du wärst am Leben geblieben! Ja! Ich wollte ihn nämlich erschießen einfach mit der Golden Eagle! Aber... Ja, mach doch! Also... Ja, du hast ja geschossen! Ich konnte dich ja nicht erschießen! Ja, ich wollte ja Maeve umbringen! Riki, das war der Einzige, der da war! Ich weiß! Wir haben aufgefangen, dass diese Kisten, die aussehen wie ein Penis, auf dem ich gerade stehe! Nein! Wo stehst du? Ich will den Penis sehen! Hier! Nein! Was? Das meinst du? Komm doch hier rauf! Oben drauf, oder was? Pass doch auf! Mann! 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 Schimtex ist Traitor! Er hat mich erschossen! Ich bin Okkultist! Ich bin zum Leben geweckt worden! Es schießt Schimtex! Warte mal, dann ist er aber auf! Dann ist er aber auf den Okkultist Traitor! Nein! Ich bin Okkultist! Schimtex hat eine Turtle geworfen! Der ist im Cocktail! Wo ist sie? Wo ist sie? Ist das eine Turtle Mine? Hallo! Ich bin nämlich die mundgänge Explosionen! Ich kann mich darum kümmern! Keine Sorge! Ich hab die kaputt geschossen! Oh! Das ist auch gut! Ey! 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 Das war's nicht! Ja! Let's go! Let's go! Hä! Warte! Wie bist du gestorben? Kopf rausgezogen! Was? Wieso bin ich gestorben? Wie sind denn gerade alle gestorben? Ey! Ich wollte abhauen vom Detektiv! Wohin ist er verreckt! Ich habe mit einer Silence AWP auf ihn geschossen! Ach du warst einfach da! Oh mein Gott! Das war so zeitgleich! What the fuck! Das hätte echt gut klappen können! Holy shit! Ich denke mir so, ich kill fully! Easy! Kein Stress! Und dann sehe ich dieses Feuer und denke mir so, nein! Nein! Ja! Fully ist halt auch ein easy kill, ne? Ja! Bisschen schade! Das ist nicht wahr! Ich will das austauschen! Was soll das denn hier? Ey Jungs! Wo seid ihr alle hin? Boykultist ist die Sache! Wenn er weniger als 25 Leben hat, wird er einfach wieder geboren oder was? Ehe funktioniert nicht! Solange du ihn nicht One-Shottest! Essenziell! Wie ist es da oben? 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 Hi! Oh, ich vertraut vor dir gar nicht! Oh, pass auf! Pass auf! Ich vertraue es mir nicht! Ach komm, Hocky! Keine Angst! Hocky Maus! Rikki klickt, wenn er so lange ist! Das ist mein Gebiet! Ja, wie Woldemo! Ja, das macht er mit Absicht! Ehhh! Ehhh! Rikki steht ziemlich verdächtig hier oben! Das war Rikki ständig! Ich bin nicht im Förderstopp! Was warst du dann die ganze Zeit? Was hat er mich dann für 30 Sekunden komplett angestellt? Oh, wo wurde ganz schön rumgebarat! Ja, ja, ich war das! Ey, ey, ey! Auf wen hast du geschafft gemacht? Ich hab die Fenster kaputt gemacht! Sicher? Ja, sicher! Okay! Kannst du's beweisen! Oh mein Gott! Ich seh Schlangen! Ich seh Schlangen! Ich seh Schlangen! Ich seh auch Schlangen! Richtige Party! Da liegt ne Light hier! Ach, Rikki! Ich steh in der Schlange und komm nicht... Was machen die Schlangen überhaupt? Du stehst du in der Schlange? Ja, ich komm nicht raus! Schlange zu was? Warte! Warte! Ich opfer mich! Ich opfer mich! Was macht man denn gegen die dummen Schlangen? Das sind schon hart! Erschießen! Wollen die töten? Ja! Aua! Oh Gott! Fully ist es! Nein! Yes! Oh Mann! Oh Scheiße! Oh mein Gott! Fully, ich wollte ja auch gekriegt werden, weil ich Okkultist! Was? Ich hab mit der Golden Deagle auf Fully geschossen und es ist nichts passiert! Ich hab mich einfach nur angeguckt und du so... Ey guck mich lange an! Ich muss ihn töten! Also wenn man mit der Golden Deagle... Du hast mich quasi 20 Sekunden angeschaltet! Ich dachte, du holst dich was aus dem Traitershop, um mich zu killen! Du warst wunderschön! Ist du mir leid? Ich hab echt so auf niemanden geschossen, sondern immer noch daneben! Das heißt, wenn man mit der Golden Deagle auf den Nah schießt, dann stirbt er nicht! Oh nein! Oh das war so scheiße! Dann passiert einfach gar nichts! Stimmt, jetzt wurde die ganze Zeit politisch... Und ich konnte es einfach nicht sagen, weil ich Traitor war! Ich konnte es nicht sagen, tu es nicht! Ja! Aber als du angefangen hast zu schießt, hab ich noch gerufen... Nein! Nein! Nein, tu es nicht! Oh mein Gott, da ist wer gestorben! Echt? Wo? Johnny ist gerespawned! Ähm... Was heißt das? Dass er unbekannter war! Bist du... Ne... Aua! Johnny jetzt überhaupt! Hey, ich werde angeschossen! Ne, stimmt nicht! Ja, Mogiba! Mogiba! Okay! Okay! Pulli war Auftragsskinder? Oh, das... Das... Das nervt einen, ne? Dann... Dann ist es Johnny! Dann ist er als Traitor gerespawned, ja! Mist! Ich hätte ihn direkt killen sollen! Scheißer! Ah shit! Bohohoho! Alter! Ich verreck selber! Scheiße! Ihr wart... Ihr wart doch zu... Mann, ich hätten mir einen Valoyici holen sollen oder so! Keine fucking Molotorik! Waluici hätte dich auch gekillt! Mich auch, ja? Ja, klar! Das ist eine Explosion! Das ist ein Raketenwerfer! Ja, keine Ahnung, was ich hätte holen sollen! Ich hab nicht damit... Ich wusste nicht mehr genau, was ein Unbekannter ist! Ich war sehr überfordert damit, dass ich keine Waffe hatte nach dem Respawn! Hey, Johnny ist ja gerespawned! Und ich so, äh, was heißt das jetzt? Ja, wäre jetzt gut, wenn du geholfen hättest, aber das ist okay! Ja, wäre ganz gut gewesen! Ich hatte keine Waffe! Das soll man machen! Waffe! Es gibt doch eine Waffe! Habe ich doch geholt! Wollt ihr mich verarschen! Ich hab doch am Ende... Ich hab doch am Ende gekämpft! Ist okay, Johnny, ist okay! Du bist einfach verbrannt! Wie ein elendes Häufchen Asche! Alles gut! Nicht gut! Warte, Moggy! Wie ist das für ein riesiges Bruder?! Meinst du mich? Warum ich? Weil ich aber gar nicht seele... Moggy! Heeey! 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 Hey! Heeey! Hey, hey! Heeey! Jeder hat mich er sich mal an! Ist Johnny gerade weggefetzt worden? Nein, ich bin heute Morgen jetzt. Johnny ist fast gekillt. Ich wollte gerade unbedingt sehen, wie du in Zeitlupe irgendwo wegfliegst oder so. Bitte nicht. Ja, aber es ist ein paar Teile gefroren. Aber wir haben ihn nicht angucken. Ja, ganz schön verdächtig bist du. Hey, wieso sind das so viele? Wie funktioniert das? Man kann 3 auf einmal spawnen. Was? Da prägt er gerade eine komische Waffe, ich bin mir nicht sicher. Nimm mal den Magnetik und drück R, bis da unten steht, äh, Sworn a Barrel. Sworn a Barrel, ja. Jeder kann, jedes Spiel kann 3 fester spawnen. Ich wurde... Ey, Ricky ist traitor, Ricky ist traitor. Du wurdest teleportiert? Ich wurde teleportiert. Ich wurde teleportiert. Er ist oben auf dem Dach immer noch, er hat gerade auch Hockey gekillt. Lüge, Lüge, das gibt eine Sinus-AVP. Ricky und seine Sinus-AVP. Oh, jetzt. Nein! Super richtig. Nein! Maeve? Nein, bitte sag mir nicht, dass du es bist. Johnny ist bei mir. Ja, das sehe ich. Da! Shit, die Sardellen. Das fände ich jetzt nicht nett von dir, muss ich sagen. Ich wollte das ehrlich gesagt auch nicht so rummachen, ich bin schon wieder so lost. Wo bist du? Was hast du jetzt vor, an dem Punkt? Hier und dort? Und du? Was wollen wir denn schönes machen? Ähm. Ah! Scheiße, wieso denn? Nein! Wann wurde der scheiß Magnetostick ausgewählt? Ich hasse mein Mausrad, Junge. Ich hatte noch Warnvegee. Ich hatte noch Warnvegee. Ich hatte noch Warnvegee. Ich hatte noch Warnvegee. Das hat dich getriggert, ne? Eigentlich ja schon. Ja, ein bisschen, ja. Aber das kann ich ja nur triggern, wenn es ein bisschen war. Okay, ich konnte das jetzt gar nicht machen mit den Fässern. Ich spiele die halt gerne, okay? Okay, warte. Müsst du das? Kann man das auch mit flammable Fässern machen? Nein, nein. Oh mein Gott, geh weg damit. Nimm das Magnetostick in die Hand. Ja, hab ich. So. Jetzt haben wir es auch freiwillig gemacht. Und dann switchst du mit R. Und dann steht da irgendwann Spawn a Barrel. Und dann steht da irgendwann Spawn a Barrel. Und dann steht da irgendwann Spawn a Barrel. Wo seid ihr? Mit dem Fass? Ne, ich glaub die sind da hochgegangen. Spawn a Barrel. Spawn a Barrel. Da steht da. Warum hast du gar kein Barrel in der Hand? Junge, drück R und bis da steht Spawn a Barrel. Oh, da ist eins. Und dann kannst du mit Linksweg welche Spawn. Ach so, da switchst du durch, okay. Willst du ihn wiederbeleben Detective? Oh, was? Du hast es in Kauf genommen, dass ich sterbe. Wie weird. Hä? Oh mein Gott. Was ist denn los? Oh mein. Oh mein. Oh mein. Es ist Hockey. Warte, darf ich da noch eben? Nein, darfst du nicht. Ach man. Darfst du nicht, aber danke. Dann tut's mir leid. Nö, kein Ding, du. Hat er noch die ganze Runde zerstört. Ja, wieso darf man das nicht? Nein, Spaß. Weil du ein Tod bist. Ja, ich leb doch aber wieder. Nein. Wir haben gesagt, Schimmig ein, darfst du nicht reden. Aber ich hab dir ein Angebot, dass du wiederbeleben kannst. Okay, okay, okay. Aber du hast eh gewonnen, also. Ja, ja, es war auch gar kein Stress. Wieso hast du überhaupt fast geschossen, wenn du innocent bist? Ja, ich hab's mit dem Fass gekriegt. Danke. Komm schon jede Runde, wenn jemand mit dem Fass herumläuft, schieß nicht drauf. Ja. Und dann läuft die nach 10 Runden immer noch mit dem Fass rum und dann kommt, warum schießt du? Ja, ich hab halt, ich hab halt... Du kannst es ja auch einfach mal lassen. Ich hab halt schon... 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 Bonus. Kann ja nicht sein. Okay, warte, ich will es auch. Mach auch... So, jetzt... Was geht ab, Maeve? Und das Beste weiß noch gar nicht. Man kann dann die Farben verdienen. Weißt du das schon? Oh, doch. Ich hab gesehen, dass da schon so Partwork gemacht wurden. Du kannst die Farbe von dem Leuchten ändern. Ach, wieso kann ich... Ah, jetzt. Schlägt dem Fass doch glatt im Boden aus. Escopogo, dingelingeling. Dingelingeling. Das ist so geil. Alle hat zu singen. Mh, nee. Ey, das geht ab. Oh, hier sind ganz schön viele Fässer. Ich will diesen Qualen sagen. Warte mal, die ist... Ich glaub, dass Bocki jetzt ist, Morgi. Wieso? Ich hab auf'n Fass geschossen. Statistisch... Hockey schießt... Ich hab auf'n Fass geschossen. Alle sind schon wieder hier. Ja, hab ich bereits gesagt. Okay, ich eröffne die Jagd auf Hockey mit Brecheisen. Oh, mein Gott. Es ist schon wieder Riki. Immer Riki, ey. Das ist Riki Detective? Nein. Ich glaub das gar nicht. Warum schlägt's auf mich? Wo ist'n Hockey? Doch, ich find das... Ich bin noch bei euch. Ey, was soll denn das? Ich bin gut, dass wir uns trotzdem alle machen. Riki hat überhaupt keine Autorität. Doch, doch. Warte, jetzt Riki nicht Detective. Nein, ich bin nicht. Oh, was? Er war Oktizist? Oh, er ist Oktizist. Oh, lol. Jetzt kommt er immerhin als Unschuldiger wieder. Ja, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, okay. Gebiete auferstanden aus dem Feuer. Wie ein Föhn. Du kannst ja eigentlich nur noch... Wie ein Föhn. Nix. Es dauert zu lange. Es könnten alle anderen sein. Es sind Mogi und Maeve. Es sind Fully und... Nee. Es sind so lange noch nicht. Es ist... Es ist... Niemand ist hier... Ja, Riki ist... Weil unser Detective Scheiße ist. Die ganze Zeit schon. Achso. Da siehst du das. Warum kommst du? Hat der Detective den anderen Detective angezündet? Ich würde dich so verdient, würde ich sagen. Hallo, hallo, Moment. Warum schießt ihr alle? Mogi hat angefangen zu schießen. Auf wen? Maeve, bist du meine Seite oder nicht? Ich bin beide Seiten. Ich bin beide Seiten. Was heißt das, beide Seiten? Er ist unsichtbar. Er hat sich teleportiert, die Sau. Scheiße. Ich bin Detective. Ich mach das. Niemand... Niemand ist... Confirmed, ne? Happy. Ich glaub, er hat die... Warte, ich bin Detective. Ich mach das. Kannst du jetzt mal aufhören? Ich hab keine Munition, warte. Oh nein. Ich trau auch nicht mehr. Komm schon, Riki. Nein! Oh, Maeve. Aber es war knapp, oder? Warum hat er auch nicht auf Detective gehört? Was sind das für eine Teleportationsknarre, Maeve? Das ist stark, ja. Das gefällt mir. War ja voll krank. Aber Maeve, das war knapp, oder? Damit kann man sich entweder dahin teleportieren, wo man hinzielt, oder die Position mit jemandem austauschen will. Und wie heißt... Kussi! Tschüss! 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 Tschüss!